Okay, willkommen zu Bauen und Zerstören. Natürlich nur mit einer... Los geht's! Ach ja, das sieht hier so komisch aus. Ihr müsst alles, was ihr könnt. Insofern mein Team rot ist, sieht das hier so rot aus. Was ist jetzt? Ah, ja, Leitern dahin bauen. Das ist eine wirklich gute Idee. Ein lackendes Spiel spielen, auch eine sehr gute Idee. Wieso funktioniert das gerade nicht? Naja, das funktioniert nie. Oh, gar nicht so eine schlechte Idee von dem, wie heißt der, Luke. Ey, jetzt geht's aber. Nein, der will sich da... Ach man, das kann doch nicht wahr sein. So, ich wollte hier jetzt eigentlich mal einen Weg reinbauen. Sowas Lustiges habe ich echt noch nie gemacht. Außerdem werde ich jetzt mal den Trick anwenden möglicherweise. Kennt ihr den Trick, ja? Weiß ich jetzt nicht. Den, den Trick. Welchen Trick? Welchen, den Trick? Ich meine, den, den Trick. Ach ja, übrigens, Yokozo zum vierten Buick Vent. Äh, Buick Vent, Buick Vent. Äh, vier Kerzen, Buicks brennen. Ja, so ist es richtig. Hier, ich möchte diesen Trick anwenden. Muah, ha, ha, ha. Oh, scheiße, stimmt ja. Dann muss ich ja einen weiter wegbauen. Und daran dann jetzt mit der... Ach, das hier. So müsste das gewesen sein. Nee, das war andersrum. Scheiße. Äh, hä. Liebes lackendes Spiel. Bitte höre auf zu lacken. So. Und jetzt hoffen die, es ist so rum richtig. Ich glaube nämlich ja. Aber man weiß ja meistens nicht so genau. Acht. Äh, den da weg. Den da auch noch weg. Nee. Ja. Wieso geht das nicht? Ach so. Die Portale müssen in Paaren platziert werden. Ja. Das ist jetzt eine gute Information, aber... Mann, das braucht mich jetzt nicht wundern, dass das nicht geht. Mal gucken, ob das andersrum geht. Gut nicht. Das müsste doch eigentlich so rumgehen. Ach so, ja, das war ja so. Und zurück geht's jetzt nicht mehr, ne? Doch. Ach, egal. Das funktioniert doch alles sowieso nicht. Das kann doch nicht wahr sein. Es war ein bisschen blöd, dass die da hinten bei uns eindringen können, aber naja. Irgendwann habe ich das mal gemacht und es hat funktioniert. Aber jetzt funktioniert es irgendwie nicht mehr. Na ja. Auch egal jetzt. Oh, ich glaube da oben habe ich was weggebaut. Das fand jetzt irgendwer, glaube ich, blöd. Ein kleines bisschen vielleicht. Äh, es sind ja nur fünf Minuten Zeit. Das darf ich nicht vergessen. Demzufolge ist das nicht unbedingt zwingend einfach... Ach ja, inzwischen ist ja ein neuer Patch hinzugekommen. Deswegen muss ich später... Muss ich dann morgen am besten, heute ist nämlich Samstag, noch ein Video machen. Weil das ja irgendwie noch gemacht werden muss. Ach doch, ich mach's so. Weil sonst ist ja Freefall noch nicht dabei. Freefall wird zwar eigentlich noch zur Zeit sehr viel gespielt. Ist ja auch noch ein ganz neuer Spielmodi. Aber trotzdem ist der aller außergewöhnlichste Spielmodi. Genau, der aller außergewöhnlichste Spielmodi. Die man niemals eine gewöhnliche Waffe in der Hand hat. Denn die Waffe ist die Bricka. Die spezielle Bricka nicht vergessen. Okay. Und, ja. Sonst fällt mir jetzt gerade... Ach ja, genau. Und, äh, mein Video zu diesem Patch. Aua. Hab ich schon mal im Vorrats gesagt. Ähm, eigentlich wollte ich aber noch was zu dem Video... Zu meinem Video zu diesem Patch mal sagen. Zum Freefall-Patch. Mein Video zum Freefall-Patch. Unglaublich. Hat echt viele Aufrufe gegen... Echt schnell. Echt, äh, vielen Dank für die ganzen Aufrufe. Was macht Luke da? Konnten wir gerade durcheinander... Äh, 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 äh. Noch ein bisschen glitschen. Na, egal. Waffe, sollte vielleicht auch so sein. Weiß ich ja nicht. Aua. Mann, wie man sich hier sogar beten kann, wenn man doch eigentlich nur am Bauen ist. Back damit. Mann, kann ich schön bauen. Oh, ja. Seine hingehauenen Scheißklöpse, da sehen echt super aus. Seine hingehauenen, äh, Scheißberge oder... Scheißtürme oder Scheiß, äh, Wände. Wie auch immer. Sehen auf jeden Fall sehr hübsch aus. Und schön. Ne? Nicht vergessen. So. Oh, so. Oh, ich wollte da schon lang laufen, aber ich glaube, das wäre ein bisschen gefährlich geworden. Puh. Okay, zeigt jetzt nicht ganz in die richtige Richtung, aber es geht. Okay, und... Erstmal habe ich vergessen, was ich noch mal sagen wollte. Ach ja, 103 Aufrufe habe ich dort gerade eben jedenfalls gehabt in meinem Freefall-Patch-Video. Wirklich, ja... Ach man, ich dachte, das soll so sein. Vielen Dank für die ganzen Aufrufe. Und, eins, los geht's. Das freut mich ja sehr. Ach, ich habe Bauen während Zerstören... P während der Zerstören-Page zu Bauen-Phase zu wechseln. Ja. Ich habe aber gar keine Schwerte. Los geht's. Jedenfalls habe ich mal Bauen während Zerstören aktiviert, weil das meistens nicht aktiviert ist. Und das... Ich wollte es ja so selten, so, äh, wie es nur so selten gespielt wird, wie nur möglich. Oder so ähnlich. Fällt gerade nicht die passendste Bezeichnung ein, aber... Ja, der Loser. Oder die Loser. Hä? Es müssen nicht eigentlich zwei sein. Ne, es ist inzwischen nur noch einer. Kilokin. Kilokin, wenn ich... ...seinem Level, ne? Dann würde er uns ganz sicher auslöschen. Was hat denn der überhaupt für eine Waffe? Genau! Jedenfalls eine, mit der er uns ja sicher auslöschen. Warte mal. Das ist ja so, dass wir... Ich kann zwar wechseln, wie rum das jetzt war. V wäre ja der 30er-Trank gewesen. Na, egal. Von denen habe ich weniger als von denen. Ich versuche mal, kein einziges Mal zu sterben. Ne, der tötet mich. Beim nächsten Mal dann V, dann B, dann N. Ach, ne, doch nicht. Der ist gar nicht so schlecht, wie er aussehen mag. Und er sieht echt schlecht aus. Man, das war ja Luke. Was macht der denn? Hm, ich wollte nochmal einen V-R nehmen. Einen V-R nehmen! Okay! Da gibt er nämlich noch einen Bär. Einen Bär. Muss der denn immer wieder hier spawnen? Kann er nicht ein bisschen abwechselnd reinigen oder auch mal woanders spawnen? Aber nein! Ach, warte, warte, warte! Äh! Was war das denn jetzt? Äh, echt toll. Hat super geklappt, mit dem kein einziges Mal sterben, ne? Hm, was macht das da wohl? Oh! Interessant! Sehr interessant. Okay. Nicht schlecht hier drüben. Erinnert man wieder sehr an den schönen neuen Spiel-Spiel-Modi. Fui vor. So bauen wir. Mann, das war Luke. Das war jetzt nicht ganz so lange, wie er hofft, aber ich will jetzt trotzdem nicht nochmal machen. Ich war erst vier nach elf. Nee, zehn. Zehn, aber trotzdem bin ich irgendwie müde. Also ist jetzt auch alles egal. Und, äh, bye to the next play adventure. Ja. Entweder Umfrage vom Merkz-Bakon-Di. Vergesst nicht, bei der Umfrage teilzunehmen. Bye to the next play adventure.